Das Most und Jazz in Fehring stand heuer unter dem Motto Begnadeter weiblicher Musiker. Sie brachten für tausende Liebhaber den Musikhimmel auf Erden. Kirche gehen kann so grufig sein, wenn die Dreifaltigkeit aus Toni Eder, Edi Köhldorfer und Barbara Dennerlein vor den Altar tritt. Sie gemeinsam eröffneten den Höhepunkt des 14. Most und Jazz in der Stadtpfarrkirche Fehring. Die Konzertbilder fanden sich in einer außergewöhnlich illuminierten Atmosphäre wieder. Barbara Dennerlein zog als Begnadeter Jazz in Bord an der Rieger Pfeifenorgel alle Register aus Jazz, Funk und Blues. Und der Gitarrist Edi Köhldorfer verpasste dem sakralen Klang ein bemerkenswert grufiges Wesen. Also sehr konzentriert einerseits, weil das eine mechanische Orgel ist, wo man also mit Hand die ganzen Register beim Spielen ziehen muss, wenn man also Klangveränderungen machen möchte. Und da muss man dann sehr viel denken. Aber es war einfach schön. Es hat Spaß gemacht. Ich fühle mich an der Orgel sehr wohl. Die spielt sich sehr gut. Es ist ein sehr schönes Instrument. Und ich glaube, der Klang war sehr gut in der Kirche. Und dann das Zusammenspiel mit Edi Köhldorfer, das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Eingefädelt hat die musikalische Begegnung Toni Eder. Ja, es war irgendwie der Spaß an der Sache, mal eine Elektrogitarre mit Orgel zu verbinden. Das gibt es bis dato in der Jazzgeschichte noch nicht dokumentiert. Und das größte Problem war dann nicht nur die Überzeugung, wir sollten es einmal versuchen, sondern als ich dann auch noch sagte, spielt ein Gitarrist aus Fähring, dann war die Skepsis beim Star Barbara Dellerlein schon sehr groß. Aber über kurze Probe haben sich die zwei so gefunden, dass eigentlich aus einer Probenzeit von drei bis vier Stunden ein Konzert von 120 Minuten entstanden ist. Nach der Kirche ging es ab in den Fähringer Stadtkeller zur DJ-Line. Am Sonntag gab es den fulminanten Abschluss auf dem Hauptplatz. Ein Wiedersehen gab es mit Orgel-Ikone Barbara Dellerlein und Edi Köhldorfer. Er war wieder in seinem Element. Natürlich sehr unterschiedlich, weil in der Kirche ist eine völlig andere Situation als beim Jazzfestival. Open Air auf einer großen Bühne. Und natürlich auch die Situation heute mit Schlagzeug und eher groovige Musik. Und in der Kirche geht natürlich groovige Musik nicht wirklich. Das heißt, diametral entgegengesetzt quasi. Aber beides macht Spaß, beides ist eine Facette von ihr und ist hoffentlich auch eine Facette von mir. Auch Hans Brassl setzte als Fähringer Musikergröße mit dem Jazz-Saxophon ein. Most und Jazz hatte auch heuer wieder für ihn den richtigen Treif. Das Jazzfest in Fähring ist immer einzigartig. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Gruppen sich anzuhören. Ich war auch schon im Dixieland-Bereich tätig, also am Donnerstag gespielt, wir haben am Freitag gespielt, wir haben gestern gespielt. Und heute war für mich natürlich der Höhepunkt, mit der Barbara auf dieser Bühne zu stehen. Natürlich auch mit dem Edi Köhldorfer. Die Vokalexperimentalistinnen von Extra Virgin bewiesen im Anschluss bei ihrer Weltmusik gehöriges Improvisationstalent mit afrikanischen Klängen. Die stimmgewaltige Dreieinigkeit der Rounder Girls machte den zwingenden Abschluss des 14. Most und Jazz. Die Vokalexperimentalistinnen von Extra Virgin-Saxophon ein. Die Vokalexperimentalistinnen von Extra Virgin-Saxophon ein.